Das ist ein Eisvogel. Der Eisvogel hat am liebsten Fische. Deshalb wohnt er auch in der Nähe von Gewässern. Da kann er nämlich auch seine Eier in Brutwände legen. Er mag es also, wenn alles schön natürlich ist. Nur leider haben wir Schweizer beschlossen, dass bei uns alles schön gerade sein muss. Deshalb gibt es immer weniger von dem Vogel in der Schweiz. Das finden einige Schweizer nicht so nett. Darum hat es jetzt sogar in Zürich Naturschutzgebiete und Renaturregulationen. Dort ist der Bestand deshalb schon gestiegen. Aber vom Idealfall sind wir noch weitergewerden. Also liebe Zürcher, gebt euch einen Ruhm.